Kaspersky Antivirus 2011 for Mac schützt Apple Computer und die darauf gespeicherten Daten vor Malware und anderen Bedrohungen. Zudem wehrt das Programm auch Windows- und Linux-Schädlinge ab und verhindert so, dass sie infizierte Dateien an Freunde und Kollegen weiterleiten. Letztendlich wird so auch verhindert, dass die PC durch Malware langsamer wird. Kaspersky Lab ist einer der weltweit führenden Hersteller für IT-Sicherheit. Mit Kaspersky Antivirus 2011 for Mac bekommen Sie einen Schutz, der deutlich über die Standardsicherheit des Mac-Betriebssystems hinausgeht. Die Oberfläche ist im vertrauten Mac-Stil aufgebaut und kann nach Ihren Wünschen angepasst werden. Updates der Software und der Virendatenbanken erfolgen automatisch, ohne dass Sie eingreifen müssen. Der Virenschutz ist ständig aktiv und überprüft sämtliche Dateiänderungen, Downloads und E-Mail-Anhänge. Verdächtiges Verhalten eines Programms wird zudem erkannt und zuverlässig blockiert. Außerdem werden Benutzer der Browser Safari, Chrome und Firefox bei Phishing und gefährlichen Internetseiten in Echtzeit gewarnt. Mit Kaspersky Antivirus 2011 for Mac können Sie die Sicherheit Ihres Mac-Betriebssystems aufwerten und Ihre digitalen Daten schützen. Und Sie laufen keine Gefahr, Malware an andere Computer weiterzuleiten. Untertitelung des ZDF, 2020